Ich wollte das jetzt klären, aber... Nenn dich doch einfach um, dann nenn ich dich auch anders. Digga, guck mal. Was? Jumbrot. Ich bin 14, ich bin ein kleiner, lustiger Hurensohn. Ich sag Jumbrot, ha! Ja, guck mal. Ja, ich gucke. Das ist jetzt nicht mehr lustig und ich wollte das eigentlich klären, aber das ist jetzt nicht geklärt. Oh, Mist. Und wie klein war das jetzt am besten? Ja, komm zur Schule. Oh, nee, das mache ich nicht. Das gebe ich dir nicht. Das biete ich dir nicht. Ich habe ein krasses Tor gemacht nebenbei. Ja, das ist toll für dich. Ja, finde ich auch toll. Ja, wir müssen ein FIFA-Match machen. Ich glaube, das können wir klären. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Gibt es mir eine Minute Bedenkzeit? Ja. Wollen wir den Chat fragen? Ja, komm, ein Blue Tiger gegen Jumbrot. FC Kurdistan gegen Jumbrot, weil ich habe Kurdistan. Ja, aber schreibt mir in den Chat, ob ihr wollt, dass du ihn spielst. Komm, komm, Leute, bitte. Wir klären das alles früher. Im Minecraft hat man auch alles auf Minecraft geklärt. Für Minecraft musste man auch immer eins gegen eins machen und in FIFA machen. Okay, wenn der Chat dir ja sagt, dann machen wir. Komm, komm, komm. Komm, Leute. Da haben wir noch nicht genug Leute ja geschrieben. Wenn nicht, dann... Digga, hast du keinen... Komm, Digga. Das ist ein Zeichen von der Männlichkeit, ob du es machst. Ach, meinst du? Ja. Vom Mann zu Mann? Ich finde nicht. Vom Mann zu Hund, meinst du? Vom Mann zu Mann. Vom Mann zu Schwanz? Der Schwanz, der die Muschie dranfickt. Warte kurz. Könnt ihr euch mal alle wieder öffentlich machen und alle kurz lachen? Ja? Ja. Ja. Bei mir im Chat schreiben alle ja. Bei mir im Livestream schreiben alle ja. Komm. Bei mir schreiben alle auch ja. Denkst du wirklich, ich spiel gegen dich, du kleiner Pisser? Ja, komm. Wenn du die Eier hast, dann spielst du. Komm, mal wie viel Geld? Hast du Geld? Für Geld spiel ich gegen dich. Ich bin käuflich. Wie viel Geld bist du? Wie viel Geld hast du? Keine Ahnung, 10 Euro. Nee, ist zu wenig. Ja. Für 100 Euro spiel ich gegen dich. Oder bring einen aus deinem Chat dazu. Das sind ja eh alles meine Zuschauer. Bring mal einen dazu, dass du 100 Euro spendest. Dann spiel ich gegen dich. Ich kann dir mein Handy geben. Nee, ich will dein Handy nicht. Ich will 100 Euro. Das sind gute Pornos, Tom. 100 Euro, dann spiel ich gegen dich. Das sind gute Pornos auf dem Handy. Von deiner Mutter? Das ist nicht witzig. Ja, du hast mir die Vorlage gegeben. Weil es hat keiner gefragt, was auf deinem Scheiß-Handy ist. Sind wir jetzt Freunde? Lisa, bring den Chat dazu. Nein, Freunde nicht. Bekannt. Du bist mein Hund. Nee, Digga. Ich nutze dich nur aus. Ich werde jetzt so lange mit dir reden, bis 100 Euro spenden. Und um dich 100 Euro spielen wir dann? Genau. Nee, nee. Und die 100 Euro sind dann die Bezahlung dafür, dass ich gegen dich spiele und meine Zeit für dich opfer. Und ich dachte, die 28 Minuten, wie du es, waren schon zu viel. Hallo? Wurde ich jetzt ausgemufft, oder wie? Nein, Charles ist gegangen. Achso. John ist gegangen. Ja, der ist oben jetzt. Achso, Digga. Seid ihr Hater von mir? Ey, seid ihr Hater von mir, oder warum? Ey, entmütet euch mal. Lass mal reden. Lass doch mal reden, Jungs. Also, ich denke.